Wollen wir aber nicht haben, so So, 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 hier Ein paar habe ich auf jeden Fall noch, wie man sieht Okay Jetzt hier Und dann hier So Das ist alles weg und Das ist alles weg, so, das, das Auch alles weg und dann nicht Da Erde hin Hier Erde hin Und hier Erde hin Jetzt können wir ganz in Ruhe Hier die Mauer nach oben ziehen Natürlich, wenn wir Steine haben In ausreichendem Maße, was wir gerade nicht haben So Kann ich mir auch hier holen, sehe ich gerade Steine, 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 Ste Jetzt haben wir noch 23 Steine. Das wird nicht reichen für die Mauer, aber vielleicht kriegen wir noch die Reihe fertig. Drei Stück noch. Uns fehlen noch vier. Ja, toll. Toll gemacht. Vier Steine. So, da haben wir unsere Steine. Und hier könnt ihr jetzt rein... Autsch, das ist halb weh. Schon bevor ich aufgeschlagen bin, sah das schmerzhaft aus. Und hier könnt ihr jetzt rein theoretisch, könnte man jetzt hier... den Gang einfach weiterführen. Und sagen... Ja, was auch immer ich hier hinbaue, kann denn hier weitergeführt werden. Das ist ja dann... äh, Frage, wie nachdem wir es machen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Dat war ich noch nicht. Hier, das hier unten jetzt alles fertig soll. Genau hier unten sieht man es. So, eine schöne Abteilung. Trennung. Genau. Okay, jetzt bräuchte ich theoretisch gesehen eine Menge Holz. Dies hole ich mir woanders. Hab ich... Nein. Ich hatte ja eventuell gerade ein bisschen Setzdinge dabei, aber habe ich nicht. Das ist aber kein Problem, warum sind hier eigentlich bunte Schafe. Ich weiß nicht, warum überall bunte Schafe sind, das habe ich getan. So, das ist ja nicht so. Das habe ich jetzt aufgehoben. Was habe ich jetzt aufgehoben? Sagt es mir. Das ist ja nur ein einzelner Holzglatz rum, warum auch immer. Bestimmt beim Abholzen jemand geschludert. Ich glaube, hier gibt es ja auch, das sind ja auch Holz, gell, gell. Das wird auf jeden Fall nochmal eine geile Aktion, wenn wir uns dann durchbuddeln und Diamanten und sowas suchen. Ich weiß gar nicht, worauf ich hier gerade am meisten Lust habe. Ich hätte Bock auch nach sowas suchen. Ich hätte Bock irgendwas zu bauen. Ich hätte Bock, worauf ich gerade echt am wenigsten Bock habe, ist das Feld abzuhören. Das müssen wir auch mal machen. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich mal angehen. Das ist gerade die Sache, wo ich am wenigsten Bock drauf habe, weil es mega anstrengend ist. Vielleicht automatisiere ich es doch. Aber wenn ich das jetzt automatisieren würde. Huch, wir können uns ja mal anschauen, ob das funktioniert. Achso, ich habe keine Nahrung mehr. Wenn ich es automatisiere. So, ein Stück köstlichen Kaffee. So, bis es nachts wird und die Dinge schlafen dann. Huch, was denn? Ach, das ist Wasser von der Decke. Ich dachte gerade, hä? Na, wird es jetzt nachts oder? Was ist jetzt? Du kannst nur nachts schlafen. Es wird doch gerade nachts. Achso. So, na gut. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hier ist doch noch Holz. Was will ich denn? Holz, Eisen, Apfel. Na gut, da habe ich jetzt halt ein bisschen mehr Holz. Und jetzt stirbt mich jetzt auch nicht wirklich. So. Das reicht natürlich bei Weitem noch nicht. Und das wird jetzt eventuell reichen. Obwohl selbst das könnte knapp werden. Nächste machten müssen wir auf jeden Fall durchmachen. Aus dem einfachen Grunde. Wir brauchen Knochen. Auf jeden Fall brauchen wir eine ganze Menge Knochen. Ich werde mir wahrscheinlich einen guten Bogen mitnehmen. Und dann gehen wir auf Skelettsjagd. Oder gehen wir runter in die Monsterfalle. Das können wir auch machen. Einfach mal die Monsterfalle besuchen. Ne, das wird auf jeden Fall nicht reich, was wir hier haben. Nicht mehr annähern, weil wir müssen ja auch noch hier drüben. Alles da drüben, diesen langen Weg. Warum baue ich mich eigentlich so krass hier? Zwischen den Steinen für das Museefeld müssen wir auch noch abgrenzen. So. Läuer reicht's doch? Alles eingezäunt? Jawoll. Und der Rest kann hier rein. So. Und hier kommt jetzt noch ein Weg hin. Da kommt noch ein Weg hin. Auch hier kommt noch einer hin. Dann werde ich hier den Weg wahrscheinlich in die Richtung ausbauen. Ne. So. in die richtung ausbauen nein meine schaufel ist kaputt das ist echt uncool jetzt geschwindigkeit ich habe geschwindigkeit so wie sie keiner hat da da geschwindigkeit es ist geschwindigkeit so moment ist das war ein bisschen kies ein bisschen kies wirtschafts ja keine ahnung warum ich so komisch rede ich mache es einfach verzeiht es mir bitte ich denke ich bin auf drogen oder so was finger weg von drogen die gehören in den mund und jetzt natürlich hier noch alles die spannende aufgabe kies zu platzieren sooo naja ich habe es ja geschafft ich überlege jetzt gerade nur obwohl ich glaube ich weiß wie ich das mache ja ich glaube ich weiß wie ich das mache ok dann muss auf jeden fall hier noch kies hin ich bin echt gar nicht so der freund von so geraden wegen aber natürlich ist es doof wenn ihr in so einem edlen park oder sowas ähnliches das wir hier versuchen irgendwie zerrichten oder ich oder wenn ihr greift euch so aus dem kopf und denkt euch hmmm das ist natürlich scheiße wenn du so unebene wege hast deswegen muss ich das hier so machen so vorerst erst mal zu wieder hier könnte ich jetzt natürlich noch drei dinger mehr hinpacken oder fünf stück brauchen die 1 2 3 4 5 knapp werden eigentlich nicht aber nichts mehr zu essen aber ich könnte mir was machen ich habe noch genug dinge auch für drei brote genug weizen für drei brote dabei wir brauchen unbedingt ein weizenfelde das wird echt schwer mit dem broten hier haha witzig ok könnte auch mal witzig sein zwischendrin na ok was wollte ich jetzt haben ich wollte jetzt haben das da und es war es eigentlich schon hier ist der abstand von drei auf 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 also ich bin nicht was ich hier tue ich bin noch am überlegen hier habe ich mal drei breit gemacht die 2 ok ich wollte mal überall hier gras rein gras vor allen dingen und legen kippt die 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 mensch da was absichern ich jetzt auch kommen